Jo, moin Leute, ich wollte euch jetzt nur einmal kurz, mich jetzt nochmal auf einen Sonntag melden bei euch. Es ist jetzt Ostersonntag, ich wollte euch einmal schöner Ostern wünschen, auch wenn es jetzt diese Ostern durch Corona, ja, ungewöhnliche Ostern sind. Hoffe ich dennoch, ihr könnt sie einigermaßen genießen. Irgendwie geht es mir so, es sind ganz ungewöhnliche Ostern. Kirche fällt auf so ein sonntäglicher Kirchbesuch zu Ostern. Finde ich schade, ist aber so, leider. Dennoch hoffe ich, dass es nächstes Jahr mit Ostern wieder besser wird. Und dass es hoffentlich bald wieder besser wird mit den Corona-Fällen, beziehungsweise dass bald die Maßnahmen gelockert werden. Sofern es denn möglich ist, beziehungsweise notwendig ist, vielleicht auch wirtschaftlich gesehen. Und ich wollte mich jetzt eigentlich nur einmal bei euch melden und euch schöne Ostern wünschen, unter besonderen Bedingungen. Schön, sofern es denn möglich ist. Mir geht es nur, ich finde diese Ostern sehr, sehr ungewohnt und kann eigentlich nur sagen, bleibt gesund, wünsche euch nur das Beste, wünsche euch gesund, viel Gesundheit. Und vielleicht, hoffentlich sehen wir uns dann, ja, am nächsten Mittwoch hier. Und genau, also bleibt gesund, bleibt zu Hause, wenn es euch möglich ist. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch definitiv wieder zu einem weiteren Video, also in knapp drei Tagen. Und macht's gut, bis dahin, ciao! Bis zum nächsten Mal.